Ich bin die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin am hochgelaufen in die Kommentatorenbox. Und ich bin gleich hier neben einem Zuschauer. Heute Abend Florboll-Könitz gegen Klotter-Bühlacht. Schätze, wer gewinnt? Könitz. Und wie hoch? 5-1. Und wieso? Weil Könitz besser ist. Gut, das ist auch eine klare Ansage. Das habe ich von meinen Gästen schon ein paar Mal gehört. Auch hier wieder die gleiche Frage an dich. Wer gewinnt heute Abend? Ja, das kann ich nicht direkt sagen. Aber ich bin jetzt ein Fan von Könitz. Darum würde ich sagen, Könitz. Und wie hoch? 9-2. Danke wie immer. Gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Auch hier haben wir ein paar Zuschauerinnen. Ex-Uni-Hockey-Spielerinnen. Ex-Uni-Hockey-Spielerinnen. Wer gewinnt heute Abend? Ja, Könitz, das ist klar. Wie hoch? 10-1. Wer gewinnt heute Abend? Auch Könitz. Und auch wie hoch? Ja, ich bin nicht so optimistisch. Ich habe das gesagt, 8-3. Und hier haben wir noch Linda Hartmann. Wer gewinnt heute Abend? Ich denke, Könitz, aber ich kann nicht sagen, wie viel jetzt. Also überhaupt nicht verfolgt, ich habe keine Ahnung. Also ich kann dir sagen, Sie haben extrem gut gespielt. Sie haben seit dem 10. Oktober nicht mehr verloren. Also aufgrund von dem kannst du jetzt noch schnell ein Resultat-Tipp-Up geben. Ich sage 5-2. Gut, danke vielmals. 션. Ich sage 5-2. Vielen Dank.